Tagebuchblatt Unter dem Faulbaum Ich lag unter dem Faulbaum. Meine Seele war ganz einem Zauber hingegeben. Ich blickte hinauf in seine Blätter. Die Sonne färbte sie leuchtend gelb. Und so standen sie auf feinen roten Stielen und lachten auf zum Himmel. Der war tiefblau mit einem weißen Wölklein. Diese Bläue stand gar lieblich zu dem Gelb der Blätter. Und es kam der Wind und spielte mit ihnen und wendete sie um, sodass ich ihre blanke Oberseite sah. Und er kam auch hernieder zu mir und brachte mir Arme voll süßen Duftes. Der Faulbaum blühte, und das war das Schönste an ihm. Denn sein Geruch erfüllte die weichen Lüfte Und legte sich auf mich traumhaft, leise Und sang vor meiner Seele ein Meerlein von Zeiten, Da ich noch nicht war und nicht mehr sein werde. Und mir ward wundersam lieblich zumute, Ich dachte nichts, Aber mein ganzes Sein in allen seinen Adern empfand. So lag ich lange. Und ich kam wieder zu mir selbst, Zu dem Wind und der Sonne Und zu dem fröhlichen Gesumme der Insekten um mich her. Ja, die liebten auch den Faulbaum und seine Blüten Und umschwirrten ihn. Und es waren Bienen da mit ihrem fleißigen Sumsen, Die flogen eifrig hin und her. Und waren da goldbraune Hummeln, Die brummelten über meinem Kopf Und ließen es sich wohlig sein in ihren warmen Pelzlein. Und da war viel Fliegen volks. Das streckte manch schwarzes Rösslein aus Und wetzte und streckte die Feinbeinchen. Und surrte da auch manch munteres Mücklein Und geigte sein hohes Geiglein in Freuden. Und es wiegten sich in der Sonnenblütenwärme die Libellen, Die Wasserjungfern mit den schlanken Leibern Und den schillernden Flügeldecken. Dazwischen flog von Zeit zu Zeit Ein Flöcklein von dem Weidenbaum am Ufer. Das lachte in seinem Geschimmer Und war so schimmernd weiß gegen den blauen Himmel Gleich einem Wölklein. Ja, und dass ich es nicht vergesse. Den großen Fluss hörte ich auch, Denn der war hinter den Weiden. Nicht sein großes, ruhiges Dahingleiten hörte ich. Aber wenn er sich an einem Fels stieß und sprudelte Oder am Rand rieselte zwischen den bunten Kieseln. Und das Ganze gab ein solch anmutiges Konzert Von Freude, Friede und Seligkeit, Dass meine Seele ihre Schwingen weit ausspannte Und getragen wurde von der allgemein großen Freude der Kreatur. Briefe an die Familie Lilö Norwegen, den 3. Juli 1898 Da komme ich endlich einmal wieder zu euch. Das heißt schriftlich, Denn in Gedanken bin ich oft in eurer Nähe, Vielleicht ein wenig zu oft, Denn ich freue mich auf Zuhause. Ich habe mich hierher geflüchtet, Mit meinem Schreibzeug, Hierher unter den blühenden Faulbaum. Und es ist ein wonniges Plätzchen. Die ganze Luft ist mit diesem einlullenden Duft durchschwängert. Doch die kleinen, fidelen Birken mischen ihren würzigen Geruch dazu. Und diese Mischung ist dann etwas ganz allerliebstes, Was man immer wieder mit Wohlbehagen in sich aufnimmt. Meine Faulbäume werden von Hunderten von Insekten aufgesucht, Sodass um mich herum ein lieblich sommerliches Gesumme entsteht. Dann gibt es noch Schierling und Spiränen und den Löwenzahn Mit seinen gesponnenen Traumköpfen. Geradeaus stehen Weiden, die eben erst blühen Und mir hin und wieder durch den Wind einen ihrer Schneeflocken schicken. Und hinter diesen Weiden ist der Fluss, der Namsen, Der sich in diesen Tagen äußerst schlecht benimmt, Da er rapide fällt, sodass in den letzten sechs Tagen nichts zu fangen ist. Die ersten sechs Lachse sind leider schon den Weg alles Fleisches gegangen. Und meine Hoffnung, dass ihr einen schönen Geräucherten kriegen solltet, war eitel. Väterle, wie gern trete ich dir meinen Forellen- und Lachsanteil ab. Diese Fischlosigkeit drückt auf mir, Obgleich Onkel Wulf seinen Komma süß hinunterschluckt. Aber er hat ja auch nichts zu tun. Jetzt streicht er schon aus Überfluss an Kraft Die Fensterrahmen unseres Schlosses grün an. Oder wir stehen zusammen am Strand und werfen Butterbämmen. Ich fühle mich dann so in die Zeit zurückversetzt, Als Mutter mit uns ins Gehege ging. Auf die Sandhalbinsel in der Elbe Und betreibe das Geschäft mit ganzer Leidenschaft. Oder wir rollen große Fichtenstämme, Die der Strom ans Land geschwemmt hat, Wieder hinein in die Fluten. Denn bei diesen reißenden Flüssen wird wenig geflößt. Die Stämme werden einfach oben ins Wasser hineingeworfen Und unten wieder aufgefangen. Bei der fabelhaften Ehrlichkeit der Leute Kommt dabei nichts abhanden. So ist oft der ganze Fluss voll dieser großen Stämme. Abends malt die Sonne sie goldgelb Und dann strahlen sie lieblich in dem blauen Wasser. Die Bücher haben mein Herz erfreut. Ist dieses Jakobsen-Zusammentreffen nicht merkwürdig? Nach seinen sechs Novellen Sehnte ich mich gerade etwas mehr von ihm zu kennen. Ich habe bis jetzt nur die Marie Grubbe gelesen Und bin noch vollständig im Banne dieser Bilder, Die das Buch einem vorzaubert. Ich habe es ganz, ganz langsam gelesen. Mich langsam mit kleinen Dosen berauscht. Teils hier unter meinem Faulbaum, Teils an der Klippe beim Wasserfall. Denn das ist auch einer meiner Lieblingsplätze. Da sitzt man so, Zwischen all dem mächtigen Gebrause Und der Leidenschaft des Elements, Ganz still und klein Und fühlt es doch in sich klopfen. Mit dem Nils warte ich noch ein paar Tage. Ich finde, man darf solche Bücher Nicht so schnell nacheinander lesen. Das Vogler den Jakobsen illustriert, wundert mich. Wohl kann ich mir denken, Dass es ihn reizt, Und all diese vielen Bilder, Die in seinem Inneren erweckt sind, Niederzuschreiben. Aber ich finde, Selten bedarf ein Dichter Weniger der Illustration als Jakobsen. Ich finde es auch tausendmal künstlerischer, Im Sinne des Dichters, Wenn man das Bilden der Fantasie Des einzelnen Individuums überlässt. Ich freue mich jedoch auf die Sachen schon. In ihrer Art, Als Kunstwerk für sich, Unabhängig von dem Buche, Sind sie gewiss bezaubernd. Ich freue mich überhaupt auf Orbswede Und auf das, Was dort in diesem Jahre entstanden ist. Ich freue mich überhaupt auf euch alle, Auf jeden Einzelnen von euch. Ich freue mich auf mein Atelier, Für das ich schon neue Pläne habe. Ich hoffe, Dieser fischlose Fluss Wird Onkel Wulf von hier vertreiben, In fischreichere Gegenden. Dann werde ich heimwärts segeln. Jetzt habe ich nicht den Mut, Ihn zu verlassen. Ich finde, für all das Schöne, Was ich genossen, Muss ich jetzt auch ein bisschen zappeln. Nachbarn gibt es hier wohl. Ein paar fischende Engländer, Eine Viertelstunde weiter hinauf. Aber wir sehen nichts voneinander, Was mir sehr behaglich ist. Mit dem Norwegischen geht es so, Ich kann mich mit den Leuten wohl verständlich machen. Aber das Land ist ein schlechter Platz, Um die Sprache zu erlernen. Die Leute sprechen einen grausamen, Scheußlichen Dialekt Und können das reine Christiania-Norwegisch Schwer verstehen. Eben eröffnet mir Onkel Wulf, Er mache eine Nordlandreise Nach Tromsö durch die Lofoten. Er will mich mitnehmen, Der Gute. Ich brauche mich noch nicht zu entscheiden. Mein Nein steht mir aber fest. So werde ich denn bald heimkommen. Seid alle geküsst von Eurer Paula Der Herbst und Winter 1898-99 Verzeichnet im Leben Paulas besondere Wendepunkte. Sie übersiedelt für die Dauer nach Wobbswede. Die volle Selbstständigkeit der Arbeit entwickelt sich. Ganz tief taucht sie in die umgebende Natur und ihre Menschenart unter. Eine Schweiz-Reise im Sommer 1899 unterbricht kurz das intensive Studium. Der Schluss dieses Jahres bringt auch äußerlich einen Abschluss. Ein erstes künstlerisches Heraustreten vor die Öffentlichkeit. Das Ergebnis ist negativ. Lakonisch bemerkt Paula dazu in einer Aufzeichnung Im Dezember 1899 Die erste Ausstellung meiner Bilder in der Bremer Kunsthalle Arthur Fittger donnert alles in Grund und Boden. Wobswede 1898-1899 Briefe an die Familie Wobswede den 18. September 1898 Liebsten Also mir geht es weiter gut. Am Montag konnte ich ja meiner lieben Mutter nicht mehr Liebewohl sagen. Vom Armenhause war ich zu Vogler gewandert und glaubte euch dort zu finden. Stattdessen kam ich in ein großes Tohuwabu. Das Dach lag auf dem Rasen neben dem Hause. Und Vogler stieg verträumt die Leiter vom Dachstuhl herab. Als ich dann weiter meines Weges wandelte oben an der Sandkuhle vorbei sah ich unten im Tale euer Karösslein. All mein Rufen und mein Armwinken brachten euer Fahrzeug nicht zum Stehen. So tröstete ich mich denn, dass es keine Trennung für die Ewigkeit sei. Seitdem wandle ich getreulich morgens und nachmittags zu meiner Mutter Schröder ins Armenhaus. Es sind ganz eigenartige Stunden, die ich dort verbringe. Mit diesem steinalten Mütterlein sitze ich in einem großen, grauen Saale. Unser Gespräch verläuft ungefähr so. Sie? Jo. Kommt sie morgen, wer da? Ich? Ja, Mutter, wenn sie's recht ist. Sie? Jo. Ist mir einerlei. Nach einer halben Stunde beginnt dies tiefsinnige Gespräch von Neuem. Dazwischen kommen aber höchst interessante Episoden. Dann hat die Alte eine Art von Halluzination. Dann beginnt sie, irgendwelche Jugendbilder zu erzählen. Aber so dramatisch in Rede und Widerrede, mit verschiedenem Tonfall, dass es eine Lust ist, zuzuhören. Man möchte alles gleich zu Papier bringen. Leider verstehe ich nicht alles. Und fragen darf man nicht, sonst kommt sie aus dem Konzept und kehrt in ihr Jammerdasein zurück. Auch die Nachtszenen, die sie mit unserer steinalten Ohlheit verlebt, wenn jener aus dem Bett gefallen ist und jammert, sind druckfähig. Und zwischendurch muss die arme Seele nach boben. Neben dieser Sibyllens Stimme klingt noch ein liebliches Gezwitscher an mein Ohr. Das ist das kleine, fünfjährige, blonde Mädel, das seine Mutter ungefähr zu Tode prügelte und das jetzt zur Erholung die Armenhausgänse hüten darf. Nun hat sich dies Persönchen in ein Gewebe von Traum und Märchen eingehüllt und hält liebliche Zwiegespräche mit ihrer weißen Schar. Dazwischen kräht sie langsam Freut euch des Lebens und versetzt einem naseweisen Huhn eins mit der Gärte. Mir ist ganz wunderlich in dieser Umgebung. Tagebuchblätter Den 4. Oktober 1898 Ich ging durch das dunkle Dorf. Schwarz lag die Welt um mich her, tiefschwarz. Es war, als ob mich die Dunkelheit berührte, mich küsste, mich streichelte. Ich war in einer anderen Welt und ich fühlte mich selig da, wo ich war. Denn es war schön und ich kam wieder zu mir und war froh, denn hier war es auch schön und dunkel und weich wie ein lieber großer Mensch. Und die Lichtlein leuchteten in den Häusern und lachten hinaus auf die Straße und mir zu. Und in mir lachte es wieder, hell und freudig und dankbar. Ich lebe. Mein Modell, der alte Jan Köster, sagte heute, nachdem er drei Stunden stillgesessen hatte, in ironischem Ton, So, da zähn is ne Lust, min Arsch is ganz blind. Der alte von Bredow aus dem Armenhaus, der hat ein Leben hinter sich. Jetzt lebt er im Armenhause und hütet die Kuh. Sein Bruder wollte ihn vor Jahren in die ordentlich gesetzte Welt bringen. Aber der alte hat seine Kuh und sein Träumen so lieb gewonnen, davon lässt er nicht mehr. Jetzt hält er die Kuh am Gängelbande, geht mit ihr auf der gelb-grauen Wiese, kippt ihr bei jedem Schritt eins mit der Gerte und philosophiert. Er hat studiert. Dann wieder sechs Jahre Matrose hat überhaupt wohl doll gelebt, ergab sich dem Trunke, um zu vergessen und hat nun im Armenhause Abendfrieden. Den 18. Oktober 1898 Heute zeichnete ich ein zehnjähriges Mädklein aus dem Armenhaus. Seit acht Jahren ist sie da, sie und ihre kleine Schwester. Sie hat vier Hausväter erlebt, spielt mit dem kleinen Karl des Jetzigen, der sie sehr liebt. Und wenn ich Kinder hätte, könnte sie mit denen auch spielen. Sie kann nicht hören, wenn eins Schläge kriegt, da läuft sie hinaus in den Garten. Nachsagen tut sie auch nicht, nur wenn Metatidchen ihr die Strickstöcke wegnimmt. Das geht ja nicht. Oder wenn sie sagt, dass die aus dem Armenhaus Läuse hätten. Und sie sind doch immer so reinlich gekleidet. Und sie könnte so froh sein, dass sie als kleines Kind ins Armenhaus gekommen ist. Da wüsste sie von nichts von. Sie hätte es so gut, sagt sie mit strahlendem Gesichtlein. Mit wie wenig ein gutes Herz doch zufrieden ist. Und wie gut habe ich es dagegen? Heute ist mir ein großes Fenster in die Wand gebrochen. Nun ist es Licht in meinem grün-blauen Stübchen. Allmählich wird alles geregelt, das anregende Neue wird zur süßen Gewohnheit und in mir wohnet stiller Frieden. Das ist, glaube ich, die Stimmung, in der ich arbeiten und lernen kann. Mackensinn kommt alle paar Tage und gibt eine famose Korrektur. Es tut mir gut, mit ihm umzugehen. Es brennt solch ein Feuer in ihm für seine Kunst. Wenn er davon spricht, hat hat. Wenn er Dürer zitiert, so tut er es mit einer Feierlichkeit in Ton und Gebärde, als wenn ein frommes Kind seine Bibelsprüche her sagt. Sein Gott ist Rembrandt. Ihm liegt er voll Bewunderung zu Füßen und folgt in brünstigen Schrittes seinen Spuren. Vogler geht in diesen Tagen nach Dresden. Schade, dass er nicht hier bleibt. Der ganze Mensch wirbt märchenhaft auf mich. Ich habe neulich seine Magda besucht, das Lehrers Töchterlein. Die ist auf allen seinen Bildern. Er zeichnete sie schon, als sie noch zur Schule ging und machte ihr kleine Geschenke. Als sie größer wurde, wollte Magdense in ihr Lehren, Fotografien zu vergrößern in Kreide, um damit Geld zu verdienen. Vogler sagte aber, das wäre nichts für sie. Blumen sollte sie zeichnen. Jetzt stickt sie für ihn Wandschirme und Matten und lebt sich tief hinein in den Märchengeist seiner Kunst. Dann sitzt sie tagelang in seinem Atelier und er zeichnet sie unaufhörlich. Oder er sitzt still neben ihr auf dem Sofa in der Wohnstube und zeichnet sie. Jetzt geht sie nach Berlin auf die Kunstgewerbeschule, um das Zeichnen und Sticken zu lernen. Und was dann wird? Er hat sein Haus vergrößern lassen. Für mich ist das Verhältnis zu zart und zu träumerisch, als dass es so einen Allerwels Schluss haben sollte. Den 24. Oktober 1898 Ich war einen Abend bei Am Endes. Der wirkte wie warmer, lauer Frühlingsregen und Frühlings Sonnenschein auf mein Gemüt. Die Zartheit der Liebe, mit der diese beiden Menschen verkehren, durchleuchtet ihr ganzes Häuslein mit rosenrotem Licht. Und jeder, der diese Atmosphäre atmen darf, muss auch zart und weich werden. Er ist eine weiche Künstlerseele mit strengem keuschen Formensinn. Dürer und Donatello Botticelli, die liebt er. Die hängen in schönen ernsten Rahmen an seinen Wänden. Und er lauscht den Schwingungen der anderen Seele. Er versteht das Unausgesprochene und antwortet unausgesprochen. Dieses Zwiegespräch bringt das ganze Sein in liebliche Schwingungen. Und dann sein Weiblein. Sie hat ein Herz, vor dem man knien möchte. Sie hasst Spinnen. Sie haben für sie etwas Niedriges. Und doch, wenn sie in ihrem Schmuckkästlein von Haus eine findet, nimmt sie ihre Feindin mit ihrer großen Liebe in dem kleinen Herzen und setzt sie hinaus vors Fenster, auf das sie doch froh weiterlebe. Den 29. Oktober 1898 Mackensen ist in Amsterdam gewesen, bei der Rembrandt-Ausstellung. Der ganze Mensch ist durchglüht von einem heiligen Feuer für diesen Giganten, diesen Rembrandt. Das Gesunde, das Urdeutsche, das liebt er mit Leib und Seele. Er hat zum ersten Male das Meer gesehen. Sie sahen von Ferne einen Reiter, der hielt, stieg ab und machte etwas am Sattel zurecht. Und sie fragten ihn, wo ist das Meer? Und er hob die Hand und sagte, ihr hört es rauschen. Er hat einen Mann sitzen sehen in der Dämmerung auf weißen Birkenspäen sitzend, weiße Holzschuhe schnitzend. Wenn das einer malen könnte, wäre er größer als sie alle. Er ist oft hart und egoistisch, aber vor der Natur ist er so wie ein Kind, weich wie ein Kind. Dann rührt er mich. Dann kommt er mir vor wie ein alter stolzer Krieger, der seine Knie vor dem Höchsten beugt. Ich habe eine junge Mutter gezeichnet, mit dem Kinder an der Brust in ihrer rauchigen Hütte sitzend. Wenn ich das einmal malen kann, was ich dabei empfunden habe. Ein süßes Weib, eine Caritas, sie nährte den großen eingierigen Bambino und das vierjährige Mädel mit den trotzigen Augen, die haschte und griff nach der Brust, bis sie sie bekam. Und das Weib gab sein Leben und seine Jugend und seine Kraft dem Kind in aller Einfachheit und wusste nicht, dass es ein Heldenweib war. Mackensinn hatte einen Mann einen goldenen Herbstbirkenbaum fällen sehen. Und er trat nahe heran. Der Mann rief, nehmt euch in Acht. Und der Baum fiel, da lag all das Gold zu seinen Füßen. Das war schön.